So, hallo, wir sind nochmal da zu einem kleinen Pflichtteil, denn wir haben es ja im letzten Teil gesehen, wir können nicht speichern. Ja, deswegen geht es jetzt noch einmal zu einer Mission. Ja, geht mir doch allem aus dem Weg. Äh, Saibatsu, denke ich mal, hat sich... Och, ein Poliz... Warum? Och, ja klar. Geht mir doch allemal schon wieder auf den Nerv, das kann echt nicht wahr sein. Also es wird echt sein, dass ich hier echt ins Bett komme, weil, ja... Weil es bringt nichts mehr, es bringt hier echt nichts mehr. Ich bin nur noch auf 180. Und das Problem ist, ich kann jetzt hier nicht speichern. Und ich sehe nicht ein, dass ich die Mission, die ich jetzt hinter mir habe, nochmal machen muss. Ja, nee, ist klar. Ha! Tch! Oh, nicht schlecht. Auto fest! Ne, ne. Ey, fuck! Ey, jetzt, jetzt, äh... Alles weg. Alles weg. Ey, es kann nicht wahr sein. Das kann echt nicht wahr sein. Dieser blöde Bulle da. Ich hab ihn nicht gesehen. Genau das wollte ich vermeiden. Dass alles weg ist. Alle Waffen, die ich gesammelt habe. Alles weg. Ne, ich hab keine Lust mehr. Ich hab echt keine Lust mehr. Oh, das kann doch nicht sein. So, jetzt bin ich wieder hier bei meinen orangenen Freunden. Moment, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Geht weg. Bin ich jetzt hier schon richtig? Ich hab doch gesagt, aufpassen, Mann. Rotes Telefon. So, da oben kann ich mal wenigstens wieder eine Waffe mir zurückholen. Ja, für die rote Mission können wir ausprobieren. Hab ich noch nicht genügend Respekt. Ja. Töte ein paar Russen und wir werden dich mit unserer Liebe umarmen. Ah, ja. Jetzt ist die Frage, kann ich dieses ganze... Naja, da ist schon mal eine Sackgasse. Flammenwerfer. Ah, das ist schön. Ne, ne. Warum baut man so einen Weg hier hin? Warum baut man hier so einen Weg hin? Und warum kann ich hier nicht drüber springen? Was? Was ist das im Heulen, Mann? Wo geht's hier hin? Hier geht's runter. Das ist doch schön. Ich glaube, hier in der Nähe waren wir auch vorhin, oder? Hier oben irgendwo. Hier weiter raus. Ah, ich glaub... Oder? Na, ich geh lieber zurück. Wir müssen da unten rein. Hier und dann hier weiter durch. Ah, genau. So, und hier irgendwo muss jetzt das Telefon gewesen sein. Richtig. Hier jetzt runter? Ach, da. Ja, Gott sei Dank. Ist zwar wieder am Arsch der Welt, aber... Macht ja nichts. Hier können wir auch unsere Panzerung wieder herstellen. Das ist doch wenigstens etwas. So, das zweite. Polizeiwagencrasher. Nein. Was stand da? Crusher S, oder was? Ja, krieg ich auch mal hier ne Anweisung? Hä? So schnell konnte ich gar nicht lesen. Was will der denn jetzt von mir? Eine Crusher-Aufgabe macht der anderen, junger Hopfer. Du hast bereits einen Job. Was denn für ein Job? Na gut. Dann, äh, ja. Müssen wir also wieder einen Polizeiwagen holen. Als wenn ich nicht genau davon und jetzt die Schnauze schon voll hätte. Aber nein. Oh, Nummer 15. Das ist wenig. Ich hab jetzt nur was von Polizei-Crusher gelesen. Also ich vermute mal, dass wir jetzt irgendwie Polizeiwagen kaputt machen sollen. Irgendwie mit nem Kran. Das hab ich übrigens auch rausgefunden. Das heißt, wenn wir, bei den Wissenschaftlern war das, zwei Kräne so nebeneinander stehen haben, dann, aber auch nur dann, können wir dann da Autos drunter parken. Die werden dann verschrottet und durch die Verschrottung bekommen wir Geld. Ja. So was finde ich heraus. So, das ist jetzt, äh, ja. Soll ich jetzt, Moment, ich will mir erst mal einen Wagen holen. Ja, dann parken wir den Wagen hier schön. Nicht durchfahren. Parken wir den schön hier vor, dass wenn was ist, dass wir sofort durchfangen können. So. Jetzt fängt der Spaß an. Och, Gott sei Dank, die richtigen. Komm, sonst kommen die immer, da ist er doch schon. Hallo, hier, hier, ja, hallo, hallo, hallo. Ey, sonst, sonst hab ich die immer direkt an der Backe. Das ist doch wieder so zum Kotzen. Und jetzt, wo ich ein paar brauche, jetzt kommen sie wieder nicht. Ach, da sind sie doch schon. So, und jetzt? Beide dich, Quatschabon, liefere den Polizeiwagen bei den Kränen ab. So, und wo sind die? Geh doch mal weg hier. Oh mein Gott, ich bringe direkt einen zweiten mit. Noch einen dritten. Meine Güte. Scheiße. Hier? Okay, ja, tatsächlich. Okay, da ist Nummer zwei. Ja, komm, weiter. Da war doch noch ein dritter. Ja, da. So, bitteschön. Wie viel noch? Gute Arbeit, Gassauer. Lass uns noch ein paar Polizeiwagen verschrotten, damit die Message auch richtig ankommt. So, das sind jetzt drei. Wie viele noch? Noch mehr. Weil der zweite Kran gesagt sei es, du sollst... Ah, okay, das war's schon. Du hast Glück, 40.000. Wir werden ein wunderbares, komm schon, Liebesfest zu deinen Ehren feiern. Melde dich mal wieder. Sehr schön, wir können speichern. Jetzt brauche ich nur wieder einen Übertragungswagen. Jetzt können wir das tatsächlich speichern. Hat das gesehen, der wollte den Wagen klauen. Ha, ha, ha. Ach, ja. Das wird wahrscheinlich nur ein ganz kurzer Teil, aber es bringt heute nichts mehr mit mir, Freunde. Es bringt ja wirklich nichts mehr. Nö, nicht wieder vorfahren. Nervlich bin ich im Moment ein Wrack. Möchte nur noch ins Bett. Möchte einfach nur noch meine Ruhe haben. Und da ist einer. Halt, 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 halt. Du kommst her. Wir können gerne tauschen. Genau. So, und ich denke und hoffe mal, dass wir auch gar nicht so weit entfernt sind. Moment, Polizeiwagen, Vorsicht. Wir biegen mal lieber hier ab. So, und nächste Möglichkeit links. Wir haben einen Polizeiwagen. Vorsicht. Hier runter, hier weiter. Also, ich weiß echt nicht, was ich ohne diesen Tipp gemacht hätte. Mit diesem TV-Wagen. Weil, man sucht sich hier sonst einen Wolf. Da hätte ich beinahe schon wieder einen platt gemacht. Da sind wir doch schon. Ja, sehr schön. So, den parken wir hier schön. So. Soll ja auch gerade stehen. Ach, egal. Dann können wir jetzt spartieren. Halleluja! Another soul thing! Genau. Und wie viel brauchen wir hier? Äh, 500. Waren das 500.000 oder waren das 5 Millionen? Ich meine, das waren 5 Millionen. Da sehen wir auch. Russische Mafia ist rot. Eingesammelt. Einen von 50. Zielpunkt. Äh, 5 Millionen, denke ich mal, sind das. Ja, Freunde. Also, wie gesagt. Ich weiß jetzt echt nicht, wie lang dieser Teil war. Wenn er zu kurz ist, verzeiht es mir. Ich mache hier Schluss. Schönen Abend noch. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hier bei diesem wunderschönen Spiel. Das heißt GTA 2. Bis dahin, NRW bei 18. Adieu.